Aber natürlich war es immer eine große Ehre und war mit viel Stolz verbunden, fürs eigene Land aufzulaufen. Das war schon eine schwere Entscheidung damals, aber ich habe einfach gemerkt, dass körperlich da nicht mehr viel zu holen war. Also hast du es nie bereut? Nein, ich bin auch nicht der Typ der Entscheidung, die ich bereut. Also wenn ich die Entscheidung treffe, dann lebe ich auch damit. Weil es kostet eigentlich nur Energie, wenn man sagt, okay, hätte, hätte, wenn und aber. Nein, wenn man einen Fehler macht, muss man auch dazu stehen. Aber es war kein Fehler, also bereut habe ich es nicht. Und ich bin ja auch nochmal kurzfristig wiedergekommen und wollte unserem Land helfen, aber es war halt nur semi-erfolgreich.